Und über all das hätten wir natürlich sehr gerne mit dem ÖVP-Spitzenkandidaten Anton Mattle gesprochen. Er hat uns allerdings am Abend abgesagt. Und die ÖVP Tirol hat uns als Gesprächspartner in Innsbruck Florian Turski angeboten, lange Bürochef von Landeshauptmann Platter und seit kurzem ÖVP-Staatssekretär im Finanzministerium in Wien. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Herr Staatssekretär, schön, dass Sie da sind. Aber warum steht denn da nicht der Tiroler Spitzenkandidat Anton Mattle, sondern ein Staatssekretär aus Wien? Ich glaube, Anton Mattle hat heute bereits in den verschiedensten Sendungen auch des ORF Stellung genommen. Er ist jetzt gerade zusammen mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten, mit denen er in den letzten Wochen und Monaten eine unglaubliche Aufholjagd gestartet hat. Und deshalb bin ich heute bei Ihnen. Gut, vielleicht möchte er auch nur nicht über ein historisches Wahldebakel sprechen. 10 Prozentpunkte Verlust, 5 Prozent unter dem bisher schlechtesten Wahlergebnis der Tiroler ÖVP. Was gab es denn da eigentlich heute zu jubeln und zu feiern? Oder was ist denn daran respektabel, wie der ÖVP-Generalsekretär sagt? Ich glaube, natürlich ist es nicht erfreulich, wenn man Wählerstimmen verliert. Aber gleichzeitig möchte ich auch dem zukünftigen Landeshauptmann von Tirol Anton Mattle und der gesamten Tiroler Volkspartei dazu gratulieren, dass sie eine unglaubliche Aufholjagd in den letzten Wochen und Monaten hinter sich gebracht haben. Umfragen von 25, 26 Prozent und heute ein Ergebnis von über 34 Prozent ist durchaus sehr beachtlich. Und es zeigt ganz eindeutig, Anton Mattle war der richtige Kandidat. Er verfügt jetzt über 14 Mandate doppelt so viel wie der zweite und kann darauf eine solide Regierung bilden. Sehr verständlich, dass Sie von Aufholjagd reden. Aber diese Umfragen waren zum Teil höchst fragwürdig. Und tatsächlich kann man das Ergebnis der ÖVP vergleichen mit Ihrem letzten Ergebnis vor fünf Jahren. Und da hat sie zehn Prozentpunkte, fast ein Viertel ihrer Wähler verloren. Wurde die ÖVP da heute nicht abgewählt? Ist so ein Absturz wirklich ein Regierungsauftrag? Also zuallererst nicht nur fragwürdige Umfragen, sondern alle Umfragen haben das prognostiziert. Auch im ORF wurde von 28 Prozent und darunter geschrieben, was die Umfragen hergegeben haben. Aber man muss das schon in einem Kontext sehen. Damals, vor fünf Jahren, war die Situation doch gänzlich anders. Was ist in den letzten zwei Jahren passiert? Zwei Jahre Pandemie, zwei Jahre nun auch hat der Ukraine-Krieg begonnen und auch jetzt diese unglaubliche Teuerungswelle. Also schwierige Rahmenbedingungen für alle Regierungen in ganz Europa. Und ich glaube, auf Basis dessen ist das durchaus ein respektables Ergebnis für Anton Mattle und die Tiroler Volkspartei. Herr Mattle wäre der Landeshauptmann in Österreich mit dem schlechtesten Wahlergebnis. Das stört Sie nicht? Ich glaube, wie gesagt, noch einmal, es ist immer die Frage, von was geht man aus und in welcher Situation findet das Ganze statt. Wir haben Umbrüche überall auf der Welt. Wir sehen heute eine ganz schwierige Situation in Italien. Ein Umbruch in Schweden, Regierungswechsel in Deutschland oder auch in Frankreich, wo Macron nicht mehr über solide Mehrheiten verfügt. Und angesichts dessen, glaube ich, ist es sehr wohl ein respektables Ergebnis, wenn natürlich auch diese Verluste schmerzen. Sie sind ja sehr jung, 34. Bei den unter 30-Jährigen haben heute nur mehr 17 Prozent die ÖVP gewählt in Tirol, hinter der FPÖ und hinter der SPÖ. Das ist doch absolut katastrophal für Ihre Partei. Ja, aber Herr Wolf, ich glaube, genau natürlich sind das die Herausforderungen, auch die die jungen Menschen treffen. Auch die jungen Menschen machen sich Sorgen in dieser Zeit, wie geht es weiter? Früher wurde immer oder zumindest gefühlt immer alles besser. Und die Jugend macht sich natürlich besonders um die Zukunft in solchen schwierigen Zeiten auch Gedanken. Wie kann ich zukünftig wirtschaften, werde ich zukünftig noch einen Job haben, mit dem ich genug verdiene, um mir alles leisten zu können? Wie schaut es aus mit der Teuerung? Und natürlich sind diese Krisen besondere Herausforderungen für die Jugend und auf die müssen wir auch die richtigen Antworten geben. Offenbar hatte die ÖVP im Wahlkampf die richtigen Antworten noch nicht. Der Wahlkampfleiter hat heute Abend gesagt, wir haben die Botschaft verstanden. Welche Botschaft denn? Ja, ich glaube, was Martin Malaun hier gemeint hat, ist natürlich, dass es für eine regierende Partei immer schwierig ist, so große Stimmverluste hinzunehmen. Und natürlich bedeutet auch das von Ihnen angesprochene Verluste, besonders bei jungen Wählergruppen, sich darüber Gedanken zu machen, was kann man zukünftig noch besser machen, um die Sorgen und Ängste dieser Gruppen zu adressieren. Welche Botschaft hat die Tiroler ÖVP verstanden? Ich glaube, die Botschaft, die verstanden wurde, ist, dass sich natürlich in solchen krisengebötelten Zeiten die Menschen wahnsinnig große Sorgen um die Zukunft machen. Und natürlich über diese lange Dauer der Pandemie und dieser gesamten Krisen auch das Vertrauen in die Regierenden zurückgegangen ist. Und hier gilt es, hart zu arbeiten und genau dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Die bisherige schwarz-grüne Koalition in Tirol wurde heute klar abgewählt, hat keine Mehrheit mehr. Eine Koalition mit den Freiheitlichen hat der Mattle auch heute wieder ausgeschlossen. Bleibt es dabei? Ist das Parteilinie? Ja, das ist die Linie, die Anton Mattle bereits sehr früh in diesem Wahlkampf ausgegeben hat. Das hat einige Beobachter auch sehr überrascht. Aber jeder, der Anton Mattle kennt, weiß, das ist seine Meinung, dazu steht er. Das hat er vor der Wahl gesagt. Das gilt nun für ihn auch nach der Wahl. Das heißt, eine Koalition für die FPÖ kommt für ihn nicht in Frage. Aber aufgrund des doch unerwartet starken Abschneidens der Tiroler Volkspartei gibt es eine Reihe an anderen Optionen, die sich auftun. Sowohl Zweierkonstellation mit der SPÖ, aber auch eine Reihe von Dreierkonstellationen, die nur möglich sind. ÖVP und SPÖ hätten ja eine Mehrheit und die meisten Wähler wünschen sich auch diese beiden Parteien in der Regierung. Warum sagen Sie eigentlich jetzt nicht heute Abend schon klar, das wird es wohl werden, wenn nichts Dramatisches dazwischenkommt? Das ist natürlich erstens nicht meine Aufgabe, sondern dann die Aufgabe von Anton Mattle. Und zweitens glaube ich, dass sein Zugang jetzt sehr richtig ist. Einmal diese Wahl zu analysieren, sich das Ergebnis genau anzuschauen, dann mit allen Parteien Gespräche zu führen, die für ihn in Frage kommen, zu schauen, wie sind genau die Schnittmengen und dann entsprechend in Sondierungsgespräche und weiter in Koalitionsgespräche zu gehen. Das sagt man in so einer Situation natürlich, um auch auf die SPÖ einen gewissen Druck zu machen, dass noch nicht alles fix ist. Aber welche Dreierkombinationen meinen Sie eigentlich? Die Grünen sagen selber, Schwarz-Grün wurde heute abgewählt und eine Koalition mit Neos und Liste Fritz hätte gerade 19 Mandate. Das wäre die kleinstmögliche Mehrheit mit einer Dreierkoalition. Sieht nicht dramatisch stabil aus, oder? Ja, aber Sie haben heute ja auch in den verschiedenen Formaten selber aufgezeigt, dass durch dieses Abschneiden der ÖVP doch eine sehr große Anzahl an potenziellen Konstellationen in Frage kommt. Aber eins ist ganz sicher, eine Koalition ohne ÖVP wird es nicht geben. Und deshalb ist Anton Mattler jetzt als Spitzenkandidat und zukünftiger Landeshauptmann imstande, mit möglichst vielen Gesprächen zu führen und daraus die beste Konstellation für Tirol zu wählen. Welche Dreierkoalition hätte eine stabile Mehrheit? Ja, es gibt sowohl eine Möglichkeit, wir haben bei den kleinen Parteien die Grünen, wir haben die Liste Fritz, wir haben die Neos. Das gibt eine breite Basis für Dreierkonstellationen, aber auch mit der SPÖ, wenn man eine Konstellation zum Beispiel noch auf breitere Beine stellen will. Also eine Koalition mit der SPÖ und einer dritten Partei, obwohl die SPÖ gesagt hat, das macht sie nicht? Aber genau dafür sind jetzt Sondierungsgespräche da. Gespräche mit allen Parteien, die Anton Mattler schon aus dieser Position der Stärke mit 14 Mandaten unführen kann. Mit allen zu sondieren und daraus dann das Beste für das Land herauszuholen. Letzte Frage noch, Sie waren ja lange der engste Mitarbeiter des bisherigen Landeshauptmanns Platter. Wie sehr hat denn eigentlich Landeshauptmann Platter seiner Partei und Herrn Mattler ein Ei gelegt, in dem er so kurzfristig und überraschend kurz vor der Wahl zurückgetreten ist, aber trotzdem Landeshauptmann geblieben ist? Jeder, mit dem ich in Tirol gesprochen habe in den letzten Tagen, hat gesagt, Platter hätte früher zurücktreten müssen und hätte Mattler Landeshauptmann werden lassen müssen, damit er einen Amtsbonus für die Wahl hat. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Zeiten wie diese zeigen, dass so etwas wie ein Amtsbonus aktuell eigentlich gar nicht existiert. Insofern hat Günther Platter gemeinsam mit den Grünen diese Koalition weiterführen können. Anton Mattler hat sich auf den Wahlkampf konzentrieren können und hat so auch diese Aufholerjagd schaffen können. Also es war ein genialer Schachzug von Günther Platter, hat alles richtig gemacht. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu dieser Zeit. Günther Platter hat sich auf die Regierung konzentrieren können, Anton Mattler hat wahlgekämpft. Sagt der Tiroler ÖVP-Staatsseger der Florian Turski. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.